Was ist die Bezeichnung Anthropozän? Das Anthropozän ist nicht einfach eine Krise und schon gar keine, die irgendwann wieder vorbeigeht, sondern ein Bruch, wie Eva Horn es in ihrer Einführung in das Anthropozän schreibt, ein Bruch mit den ungewöhnlich stabilen ökologischen Verhältnissen des Holozehns, mit Umweltbedingungen also, in denen alles entstanden ist, was wir als menschliche Zivilisation kennen. Sesshaftigkeit, Ackerbau, Städte, Handel, komplexe soziale Institutionen und so weiter. War das Holozehen die Wiege der Zivilisation, so fragt sich, was der Bruch mit diesen Bedingungen für den Menschen bedeuten wird, für seine soziale Organisation, seine Technologien, sein Verhältnis zu sich und zur Welt. Mit seinem Buch Geosoziologie unternimmt Markus Schröer den, soweit ich es sehen kann, ersten Versuch, auf die fundamentalen Herausforderungen, mit denen wir seit dem Eintritt in das Zeitalter des Anthropozän konfrontiert sind, soziologisch zu reagieren und also einen ersten Entwurf einer Soziologie für das Anthropozän zu erarbeiten. Der heutige Vortrag gehört deshalb sehr gut in unsere Reihe Konturen der nächsten Gesellschaft. Gleichzeitig beginnen wir mit ihm eine neue Vortragsreihe, die sich ab Februar unter dem Titel Überleben im Anthropozän mit dieser Thematik beschäftigen wird. Ich werde sie Ihnen am Ende des heutigen Abends noch mal kurz vorstellen. Alles Wissenswerte über die weiteren Arbeitsschwerpunkte und Veröffentlichungen von Markus Schröer finden Sie auf seiner sehr informativen Homepage in der Universität Marburg. Neben seinem jüngsten Buch Geosoziologie, das Sie der Buchhandlung Jus Fritz sei Dank auch draußen auf dem Tisch finden, empfehle ich Ihnen noch sein Lehrbuch über soziologische Theorien, das für Interessierte eine wunderbar lesbare Einführung bietet. Herzlich Willkommen, Professor Schröer. Geosoziologie, eine Soziologie für das Anthropozän. Meine Damen und Herren, das Jahr 2023 geht dem Ende entgegen. Die Frage ist, war es ein besonderes Jahr, dieses Jahr 2023? Sie werden es mitbekommen haben auf dem einen oder anderen Weg. Die Tagesschau berichtet am 6.9.2023. Sommer 2023. Ein neuer Hitzerekord, der nicht lange halten dürfte. Hitzewellen in Südeuropa, den USA oder auch China, die Sommermonate Juni bis August waren weltweit die heißesten seit Beginn der Aufzeichnungen. Und dem EU-Klimawandeldienst zufolge wird es in Zukunft noch häufiger Extremwetterereignisse geben. Spiegel Online, 5.10.2023. EU-Klimawandeldienst 2023 wird wohl das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnung. Die durchschnittlichen Temperaturen lagen 2023 bisher um 1,4 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau. Der EU-Klimawandeldienst Kopernikus geht von einem neuen Rekordjahr aus. 20. November, wir kommen der Gegenwart immer näher. Quelle Zeit Online berichtet UN-Bericht, Erde soll auf gefährliche Erwärmung um etwa 3 Grad zusteuern. Selbst bei Einhaltung aller Klimaschutzzusagen könnte sich das Erdklima um 2,5 bis 2,9 Grad erwärmen. Ein UN-Bericht konstatiert eine verstörende Beschleunigung. Letzter Eintrag, 5.12. vor zwei Tagen. UNO-Bericht Weltwetterorganisation registriert turbogetriebene Beschleunigung des Klimawandels. Zu heiß, zu trocken, zu stürmisch. Die Folgen der Erderwärmung werden immer deutlicher, zeigen Daten aus dem vergangenen Jahrzehnt. Die UNO warnt, wir verlieren den Wettlauf zur Rettung unserer schmelzenden Gletscher. Wie das üblich ist, haben wir nicht nur solche trockenen Sprachnachrichten, sondern natürlich auch immer die entsprechenden Bilder dazu, die uns das ganze Jahr über begleitet haben, die Sie alle gesehen haben werden. Die enormen Brände in Kanada, die dann selbst in New York, in anderen Teilen der USA zu sehen waren und sich so niedergeschlagen haben mit diesen gelben Wolken. Tagelang war nichts zu sehen. Wir haben im Sommer die großen Waldbrände erlebt in den üblichen, beliebten Urlaubsregionen. Hier Griechenland zu sehen, eine Gegend um Attika, aber es war auch Rhodos dabei und einiges mehr. Wir haben hier die Flut in Slowenien und Österreich im August und wir haben schließlich das Marschland in Basra, Irak, das zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Es ist normalerweise geprägt von fruchtbaren Sumpflandschaften, in denen zu anderen Zeiten Wasserbüffel und viele Vogelarten leben. 2023 herrschte dort die schlimmste Dürre seit Jahrzehnten. Viele Seen trockneten aus. Man könnte das noch um einige Bilder und einige Beispiele mehr vervollständigen. Die Botschaft bleibt immer die gleiche. Man kann sagen, willkommen im Anthropozän. Was wir hier sehen, ist das Gesicht der Erde, so wie es sich im Anthropozän darstellt. Eines der wichtigsten Botschaften, eines der dringendsten Botschaften, die diese These des Anthropozän aussendet, ist, dass Naturkatastrophen eben nicht mehr länger als Naturkatastrophen bezeichnet werden können, im Sinne von Naturgemacht, ein Schicksal gewissermaßen, dem man sich nicht entziehen kann, sondern die bittere und alarmierende Botschaft zugleich ist, dass Anthropozän daraus besteht, dass wir diese Erde so, ich will nicht sagen, geschaffen haben, aber verändert haben und im großen Maße auch zerstört haben, dass sie sich eben vor allen Dingen auch in Naturkatastrophen niederschlägt, die in immer kürzeren Intervallen zu erleiden sind. Dazu, was ich heute Abend machen will. Der Eintritt in das Anthropozän, jenseits der Naturkatastrophen gibt es noch ein paar Punkte mehr, auf die man eingehen sollte. Dann der Versuch, die Geosoziologie auf ein paar wesentliche Punkte herunterzubrechen und zu sagen, was ist eigentlich die Grundidee an diesem Buch gewesen. Da würde ich Sie gerne ein wenig informieren darüber. Dann kommt ein Punkt, ein etwas längerer Punkt mit Unterpunkten, Geofluchten und neue Erdorientierungen bezogen auf drei Beispiele, an denen ich Ihnen das gerne verdeutlichen würde. Zum einen Architekturen und Städte, die mit und ohne Erdbezug geschaffen, konstruiert werden können. Zweitens Gesellschaften ohne und mit Bodenhaftung. Und drittens Weltraumerschließung oder Erderhaltung, Fragezeichen. Und viertens schließlich Vitalozän, Kämpfe um das Leben auf der Erde. Sie sehen schon eine Variante, wenn man so will, zum Anthropozän, was das genau bedeutet, würde ich Ihnen dann gerne zum Ende hin erläutern. Eintritt in das Anthropozän, wie geht das überhaupt vor sich? Es ist eine geologische Epoche, nur Geologen sind in der Lage, haben die Expertise, können sich Gehör verschaffen, wenn sie ein neues Erdzeitalter ausrufen. Paul Krutzen, so will es die, ja fast schon das Narrativ mittlerweile um das Anthropozän herum, hat auf einer Tagung, so ist es mehrfach berichtet worden, es wird immer wieder auch so in den einführenden Überblicken geschildert, in einer Tagung etwas Wut entbrannt und etwas auch ungeduldig gesagt, liebe Kollegen, hören wir doch auf vom Holozän zu sprechen, wir leben nicht mehr im Holozän, wir leben bereits im Anthropozän. Macht euch das endlich klar, wir haben es mit einem neuen Erdzeitalter zu tun, die Erde ist nicht mehr die alte. In Nature 2002 folgt auf diese Tagung, der entsprechende kanonisch gewordene Text dazu, The Geology of Mankind. Hier werden bereits eine ganze Reihe von Kriterien genannt, die dann in der Folge, in der dann ansetzenden Diskussion immer wieder genannt worden sind. Es kommen einige Kriterien dazu. Der Diskurs um das Anthropozän nimmt Fahrt auf. Sie sehen Mai 2011, Welcome to the Anthropozän von The Economist. Es folgen viele Veranstaltungen, ich habe hier jetzt hier beileibe nicht alle aufgeführt, aber doch um Eindruck zu geben, das Haus der Kulturen der Welt in Berlin hat sich besonders verdient gemacht, vergleichsweise früh in dieses Anthropozän einzuführen. Es kommen einige andere Orte dazu, willkommen im Anthropozän. Das Deutsche Museum legt nach in München. Das HKW, vor allen Dingen in der Zeit des Präsidenten oder Direktors Bernd Scherer, hat sich, glaube ich, besonders verdient gemacht, darum überhaupt das sozusagen öffentlich zu machen, jenseits der naturwissenschaftlichen Expertendebatte. Was ist überhaupt Anthropozän? Was soll das? Wofür steht das? In Berlin hat es eine kaum abreißende Folge von Vorträgen dazu gegeben. Ja, ein bisschen Eigenreklame, wenn auch im Nachhinein. Auch wir in Münster haben das Anthropozän eingeläutet, wenn man so will, mit einer Tagung. In Münster habe ich gesagt, um Gottes Willen. Das ist die alten Stationen, da wird man irgendwie auch nicht los aus der Biografie. In Marburg natürlich, Anthropozän Matters. Sie können die meisten dieser Vorträge auch heute noch im Netz nachhören. Auch der schon erwähnte Bernd Scherer war da, auch Wolfgang Esbach, auch Freiburg war da. Und einige Kollegen und Kolleginnen mehr. Das vielleicht nur als einen Eindruck dafür, dass das Anthropozän jetzt seit zehn Jahren Fahrt aufnimmt und ich glaube einfach immer mehr noch in die Debatte, in die Diskussion, in die Öffentlichkeit drängt. Um nochmal darauf zurückzukommen, was Paul Krutzen schon bereits erwähnt hat in seinem ersten Aufsatz, sind einige zentrale Kriterien schon gemeint, was das Anthropozän überhaupt soll. Es sind noch einige dazugekommen. Er hat mich auf alles von Anfang an Wert gelegt. Natürlich, das was wir immer wieder in den Gazetten, in den Medien finden, ist es der vermehrte CO2-Ausstoß und Methan, der durch Industrie, die Landwirtschaft, Verkehr usw. ausgestoßen wird und zu der berühmten globalen Erwärmung führt, mit dem wir es sichtbar und auch erlebbar inzwischen zu tun haben. Es kommt das Abholzen des Regenwaldes dazu, die Austrocknung der Meere, die Versiegelung der natürlichen Umwelt, das Artensterben bzw. der Rückgang der Biodiversität, die Ressourcenerschöpfung, die Ausbeutung der Meere durch industrialisierte Fischerei, Verschmutzung der Meere durch Plastik. Nicht zu vergessen auch die massiven Umwälzungen der Erdoberfläche und Transformation kompletter Landschaften, wenn man sich das mal ansieht, wie sehr wir da maulwurfhaft, wie ein gigantischer Maulwurf, die Erde dabei sind, sie umzukrempeln, zu untertunneln, das ist ein gewaltiges Unternehmen, führt alles zusammengenommen dazu zu sagen, die Erde ist eine andere, sie ist nicht mehr die doch relativ stabile Holozänerde, das vorangegangene Zeitalter. Dazu die entsprechenden Bilder, die das immer wieder versuchen eindrücklich zu schildern und eindrücklich zu machen, jenseits der nüchternen Zahlen, also wir haben hier natürlich die Auspuffabgase, wir haben die Untertunnelungen, wenn Sie das, oh sorry, ganz links unten nehmen, das Bild, wir haben natürlich die industrialisierte Landwirtschaft, wir haben den Regenwald, wir haben die Fischereiindustrie, das sind sozusagen die Bilder, mit denen eben auch der Versuch gemacht wird, die Botschaft auszusenden, dass wir eben tatsächlich dabei sind, dem Planeten, auf dem wir leben, mehr und mehr an seine Grenzen der Belastbarkeit zu bringen. Wenn so etwas in der Welt ist, ist das nicht so wie in der Soziologie. Man kann nicht einfach ein neues Erdzeitalter aufrufen, so wie die Soziologie das manchmal tut, mit bestimmten Gesellschaftsbegriffen. Da reicht es, wenn man eine Monografie schreibt und man sagt, wir leben offenbar in einer Wissensgesellschaft oder in einer Risikogesellschaft oder etwas Ähnliches. Die Geologen und Geologinnen tun sich da erheblich schwerer, könnte man sagen, beziehungsweise da ist es komplizierter. Es wird regelrecht ein Verfahren auf den Weg gebracht, wo Kriterien gesucht werden dafür, die dann genug Plausibilität erbringen sollen, damit von einem neuen Erdzeitalter gesprochen werden kann. Die Geologen rufen nicht alle paar Tage ein neues Erdzeitalter aus. Das ist schon eine gewaltige Zäsur, die da überhaupt stattfinden muss, nachweisbar stattfinden muss, damit überhaupt ein neues geologisches Zeitalter ausgerufen werden kann. Natürlich beginnt dann sofort die Debatte und ich würde sagen, die Debatte hält an und hält uns auch immer noch in Atem. Das Anthropozän begonnen. Dazu gibt es inzwischen auch jede Menge Forschung, jede Menge Literatur, jede Menge unterschiedlicher Meinungen. Ich habe einfach nur mal zwei Punkte rausgegriffen. Zum einen die industrielle Revolution. Ab ungefähr 1760 ist natürlich eines der großen Kandidaten, die immer wieder erwähnt werden, dass in dem Moment, wo die Industrialisierung beginnt und Fahrt aufnimmt, es besonders zu starken Umwälzungen der Erde kommt, auch an der Zunahme der CO2-Emissionen und dergleichen mehr, im Grunde aller Kriterien, die ich eben schon genannt habe. Seit der industriellen Revolution können wir diese im Einzelnen nachweisen. Ein weiterer prominenter Kandidat ist The Great Acceleration, die große Beschleunigung mit einem doch ziemlich genauen Datum, nämlich 1950. Es gibt dann diese doch mittlerweile ziemlich bekannten sogenannten Hockey-Diagramme. Sie können an den Einzelnen, ich hatte eigentlich so ein Dings mitgenommen, aber jetzt ist es weg, wo ich Ihnen das nochmal genauer zeigen könnte. Ich hoffe, Sie können es auch so sehen. Und ungefähr 1950 haben wir immer diesen präzisen Ausschlag nach oben, deswegen auch dieser Vergleich mit dem Hockeyschläger, also relativ lange auf einer Ebene und dann gibt es diesen Ausschlag nach oben, bei doch sehr, sehr vielen imposanten einzelnen Bereichen. Auf der einen Seite, auf der linken Seite Entwicklung des Erdsystems, auf der rechten Seite sozioökonomische Entwicklungen, wenn Sie Wasserverbrauch auf der rechten Seite sehen, dann aber auch Garnelen, Aquakulturen, der Fischschwang im Meer, der Bau großer Dämme, der Transport, die Telekommunikation. Und alle nehmen um 1950 herum, nicht genau auf einen Stichtag, aber doch in diesem Jahr, eine gewaltige Entwicklung, sodass wir immer diese Ausschläge nach oben haben, die ja doch sehr imposant sind. Das kriegt man, bezogen auf andere Entwicklungen, selten so zu sehen, dass man doch so eine kongruente Entwicklung hat. Dieser Streit oder diese Debatte um den Anfang des Andropozäens könnte man natürlich, es ist ja jetzt sagen, das ist vielleicht was für Experten, Expertinnen, wen interessiert es? Entscheidend ist zu sehen, dass wir das Dilemma haben und dass wir irgendwie Fahrt aufnehmen müssen, damit es zu bekämpfen. Man könnte es also für eine Art von La Pula halten, also um seiner selbst willen geführter Streit. Das ist natürlich keineswegs so, weil Sie können sich vorstellen, je nachdem, wo Sie diese Zäsur einführen, wo Sie sagen, wo ist der Stichpunkt, der Startpunkt für ein neues Zeitalter. Das hat Folgen dafür, wie wir damit umgehen, welche Verantwortlichkeiten wir auch da im Einzelnen einräumen, wer ist am Ende des Tages schuld. Es wird ja innerhalb der Andropozäen-Debatte auch werden verschiedene Narrative mittlerweile schon unterschieden. Frau Dürbeck, eine Literaturwissenschaftlerin, hat gesagt, es gibt ein Gerichtsnarrativ, es gibt ein Schuldnarrativ und auch da ist man bei dieser Debatte mittendrin, ja wer hat das eigentlich wann genau losgetreten, mit welchen Folgen. Wenn ich sage Industrialisierung, habe ich einen anderen Gegner sozusagen, als wenn ich sage, das ist im Grunde eine alte Menschheitsgeschichte. Der Mensch hat eigentlich immer schon eingegriffen in seine Umwelt, das ist nichts Neues. Dann hat man natürlich eine andere Form der Verantwortbarkeit, als wenn ich dann sage, wie eben gesehen, 1950 ist der entscheidende Stichpunkt da, ab da läuft sozusagen die Übernutzung der Erde eigentlich vollkommen aus dem Ruder. Wir haben dann eben nicht mehr es mit Nutzung zu tun, im lokalen, regional überschaubaren Bereichen, sondern wir haben es dann eben mit einer globalen Entwicklung zu tun. Insofern geht es bei dieser ganzen Debatte, ich glaube, das kann man gar nicht oft genug sagen, nicht um vereinzelte, situative, lokal bleibende Zusammenhänge oder Ereignisse, sondern es geht wirklich um eine global sichtbar werdende Umwälzung der Erde, so wie wir sie bisher kannten. Sie nimmt eine andere Form an. Paul Kurzen hat auch schon in diesem Text aus Nature darauf hingewiesen, dass damit mit diesem enormen Zugriff des Menschen auf die Erde er zu einem geologischen Faktor wird. Also wir sind so eine Art Vulkan mit all dem, was wir tun. Jan Salasewitsch, auch ein großer Name innerhalb der geologischen Forschung zum Androzehen, sagt, we are the meteor, also wir sind der Meteor, wir haben eine solche durchschlagende Zerstörungskraft auf diesem Planeten Erde, wie wir das bisher nur von großen geologischen Akteuren sozusagen kannten. Wir sind selber zum Vulkan, zum Meteor geworden und damit Anthropozän als die Erde, die der Mensch hervorgebracht hat. Entscheidendes Kriterium für die Geologie, wiederum anders als in anderen Wissenschaften, wo man andere Kriterien, andere Plausibilitäten suchen würde, ist es für die Geologen entscheidend, dass sie die Spur des Menschen in den Sedimenten vorfinden, also wirklich eine menschliche Spur sehen können in den Sedimenten, wo der Mensch seine Spur oder die Menschheit seine Spur hinterlassen hat. Das ist da vielleicht ganz deutlich zu sehen. Das ist natürlich eine künstlerisch bearbeitete Form, wie man sich das vorstellen kann. Das sieht bei den Geologen ein bisschen anders aus. Es macht aber klar, um was es geht. Also tatsächlich sollen die Stoffe, mit denen typischerweise für die Menschheit in die Welt gekommen sind, als künstliche Stoffe oder doch auch als künstlich zusammengesetzte Objekte in den Sedimenten in der Erde vorfindbar sein. Wir finden hier natürlich das Smartphone, wir finden aber auch alle möglichen Formen von Plastik und anderes. Darum geht es. Ob ich dazu einen Nachweis finde, darum geht es den Geologen, ob in diesen Sedimentstrukturen solche Funde gemacht werden können. Selbst die Geologen und Geologinnen selbst in ihrer eigenen Wissenschaft sagen sehr eindrücklich mit diesem Zitat, wie ich finde, dass sich da eben etwas verschoben hat und dass unser Bild der Erde sich geändert hat oder sich ändern muss, beziehungsweise der Blick auf diese Erde. Ich zitiere die Geologin Marcia Björneruth. Der beharrliche Glaube des 19. Jahrhunderts, dass die Erde sich nur langsam ändert, hat uns eingelullt und zu der Annahme verleitet, sie sei unempfindlich und ewig und dass nichts, was wir tun, sie nachhaltig verändern würde. Wir sind inzwischen mächtig genug, die Erde zu verschrammen und zu verbeulen, sie zu zerfurchen und abzuschürfen, aber es sind wir, die mit dem Schaden werden leben müssen. Auf einer dieser Tagungen im Haus der Kulturen der Welt in Berlin hat auch ein Geologe namens Martin Hatt gesagt, wir haben zu der Erde gesprochen und jetzt antwortet sie uns. Die Erde antwortet natürlich in einer Sprache, man muss nicht darauf warten, dass sie sozusagen die menschliche Kommunikation, die menschliche Sprache lernt, bis wir sie endlich anhören, sondern sie antwortet in der Sprache, die ihr zur Verfügung steht. Heißt, die eben gezeigten katastrophalen Ereignisse mit den entsprechenden Bildern ist die Sprache, die der Erde zur Verfügung steht, um gewissermaßen auf sich aufmerksam zu machen, wenn man so will. Viele ehemals der Natur zugeschriebenen Katastrophen erscheinen nunmehr in weiten Teilen als selbstgemacht. Inzwischen haben wir es sogar geschafft, die Erdachse zu verschieben. Ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben. National Geographic schreibt, durch unsere Grundwassernutzung verschiebt sich die Erdachse mit Folgen für die Jahreszeiten und das globale Klima. Gibt es da noch Zweifel am Menschen als geologischer Kraft, so wie die Anthropozän-These es will? Ich komme damit zum zweiten Punkt. Die Geosoziologie als Ausweitung der soziologischen Denkzone. Also die Anthropozän ist gewissermaßen der Rahmen, der Anstoß, der Grund, um die Soziologie auf andere Füße zu stellen. Ich glaube, dass die Soziologie auch Anteil haben sollte an der Debatte, die durch das Anthropozän ausgelöst worden ist, so wie auch in anderen Wissenschaften. Deepesh Chakrabarti, ein indischstämmiger Historiker, hat einen sehr einflussreichen Text geschrieben, das Klima der Geschichte im planetarischen Zeitalter. Er hat da mehrere Thesen entwickelt, die sehr stark diskutiert worden sind seitdem und wo auch immer wieder darauf Bezug genommen wird, auch in ganz anderen Wissenschaften, wie auch etwa mittlerweile in der Soziologie. Er sagt, anthropogene Erklärungen des Klimawandels bedeuten die Auflösung der humanistischen Unterscheidung zwischen Naturgeschichte und Menschheitsgeschichte. Und ich glaube, darauf müssen auch andere Wissenschaften eine Antwort finden oder sich motivieren lassen, weil es kann nicht sein, das ist sozusagen auch die Idee, die die Geosoziologie trägt, dass wir einfach so tun, als wäre nichts und wir machen weiter mit unseren eingesessenen Erklärungsmustern, Theorien und dergleichen mehr. Deshalb vielleicht in aller Kürze der Versuch, dieses etwas dicker geratene Buch in aller Kürze hier zusammenzufassen. Was ist die Idee? Die Idee ist, dass wir im Grunde es mit einer Wissenschaft zu tun haben, der ich mich natürlich von Haus aus sehr verbunden fühle, der aber anzusehen ist, dass sie im Grunde im Laufe ihrer Entwicklung einen, ja ich würde fast sagen, einen Fehler macht, weil sie im Grunde aus Gründen der Profilbildung, die zu einem gewissen Teil sicherlich auch notwendig ist, aber immer mehr eigentlich ihren Blickwinkel einschränkt. Sie beginnt sehr reich an Perspektiven, reich an auch Akteuren, mit denen sie sich überhaupt beschäftigt und sie hat dann nach und nach eigentlich so eine Verarmung ihres Gegenstandsbereichs genommen, der immer kleiner geworden ist. Das soll sozusagen dieser Trichter ausdrücken, wir haben am Beginn noch durchaus Überlegungen von Soziologen, die sich mit Pflanzen beschäftigen, die sich mit Tieren beschäftigen, die sich auch stark mit geologischen und geografischen Umbrüchen beschäftigen, die davon ausgehen, dass Gesellschaften auch innerhalb einer bestimmten Geografie sich sozusagen einschreiben und wir haben dann im Sinne dieser Profilierung und auch Universalisierung, also des Fußfassens an den Universitäten als Fach immer mehr diesen Zwang offenbar, sich von anderen Wissenschaften unterscheiden zu wollen und deswegen sind wir dann immer mehr als Soziologie eine, die sich mit Menschen und nur mit Menschen und ihren Interaktionen beschäftigt. Das ist beileibe kein kleiner Gegenstandsbereich, aber es ist eben einer, der doch sehr viele Dinge ausschließt, die am Anfang noch durchaus auf der Tagesordnung standen. Insofern würde ich sagen, ist die Entwicklung über Jahrzehnte hinweg darauf hinaus gelaufen, eine Priorisierung des Menschen vorzunehmen und insgesamt eine unnötige Verarmung der Perspektiven und der Themen vorzunehmen. Das Anthropozän könnte nun dabei helfen und ich denke, es gibt einige Ansätze in diese Richtung, genau zu einer Sprengung bzw. Umkehr dieses Trichters beizutragen, indem man sagt, es kommt jetzt eigentlich wieder zu einer Öffnung des Ganzen. Wir schließen uns nicht immer mehr ein in eine Wagenburg, wo wir nur mit menschlichen Interaktionen zu tun haben wollen, sondern wir gucken, was noch neben uns passiert und gehen wieder stärker auf benachbarte Wissenschaften zu und vielleicht sogar auch mal auf nicht benachbarte Wissenschaften als auf andere Wissenschaften, zumal neuerdings auf die Naturwissenschaften, um sie kommt man nicht herum, ob man will oder nicht. Wenn man sich mit dem Anthropozän beschäftigt, kann man die Ergebnisse der Klimaforschung von Naturwissenschaftlern natürlich nicht ignorieren. Insofern wäre der Aufruf zu sagen, in der Geosoziologie habe ich versucht, das für die Soziologie zu zeigen, was das bedeuten könnte, dass wir aufhören mit dieser doch uns sehr lange bestimmenden, identitätsversichernden Trennungsmanie, wo man immer sehr gerne gesagt hat, ja gut, aber das ist jetzt ein geografischer Aspekt, wir sind aber hier in der Soziologie. Und jetzt lass das doch mal mit dem Biologisieren, das haben wir, weiß Gott, endlich überwunden, dahin sollten wir nicht zurück. Ich glaube, es gibt heute das Anthropozän, ist nicht anders erforschbar als interdisziplinär, insofern sollten wir auch diese Grenzen, die da eingezogen worden sind, auch universitär gelebt werden, nicht als etwas nehmen, was uns nicht mehr dazu in die Lage versetzt, miteinander zu sprechen und zu forschen. Damit einhergeht, dass ich nicht sagen würde, wir brauchen jetzt nach den vielen anderen Terns, die Sie vielleicht kennen aus der Soziologie, den Vital Turn, den Spatial Turn und andere Terns, Turn, 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 wir brauchen noch einen Geological Turn, das läge nahe, das zu tun und auf die Reise zu bringen, das ist auch, glaube ich, sogar schon getan worden, worden, sondern meine Idee ist eigentlich genau, nicht genau umgekehrt, aber doch eine andere, nämlich indem ich sagen würde, es lohnt sich, mal hineinzusehen in diesen reichen Schatz, den die Soziologie am Beginn ihrer Existenz sozusagen zur Verfügung hatte, da gibt es wirklich verblüffende Einsichten, wirklich spannende Texte, die geschrieben worden sind und die, glaube ich, heute noch tatsächlich eine Aktualität gewinnen innerhalb dieses Anthropozän-Rahmens, der ihn lange nicht anhaftete, während viele Theorien, die in den letzten Jahren entwickelt worden sind und damit als aktuell gilten, schon recht alt aussehen, weil sie eben genau diesen Startschuss des Anthropozänens nicht mitgemacht haben und verbleiben in ihrer nach wie vor doch wirklich sehr eingeschränkten Perspektive. Insofern würde ich sagen, nicht nur neue theoretische Perspektive, die es auch zuhauf gibt, die ganz wichtig und auch direkt bezogen schon sind, schon antworten sind auch auf die Herausforderung des Anthropozäns, sondern auch dieser Spruch von Gottfried Benn, dieser Aufruf, rechne mit den Beständen, aber das ist es nicht allein, sondern man muss, glaube ich, die alten Texte zusammenbringen mit den neueren Diskussionen, die wir etwa mit den Ansätzen des Posthumanismus, des Neomaterialismus und so weiter führen. Das wäre das Programm der Soziologie oder das, was ich auch versucht habe, in diesem Buch zu rekonstruieren, wenn man so will. Ein sehr schöner Nebeneffekt ist das, was Michel Serre nennt, die Wiederauferstehung von alten Texten. Ich denke, wir haben in den textbasierten Wissenschaften sehr häufig das Bild, als wären die alten Texte gewissermaßen abgetan. Es gibt in der Philosophie von Gilles Deleuze, von Michel Foucault ganz anderen Umgang mit alten Texten, die da sagen, wir haben doch gar nicht angefangen, diesen Schatz überhaupt zu sichten. Wir haben uns eher geeinigt auf einen bestimmten Kanon bestimmter Texter, bestimmter Autoren und glauben jetzt, wir kennen sie. Dabei ist es ein so reichhaltiger Schatz, dass wir eigentlich wieder auf sie zurückgehen sollten. Und siehe da, wenn man keine lineare Fortschrittsentwicklung annimmt und ein entsprechendes damit verbundenes Zeitbild, dann hat man auch eine Begründung dafür, dass uns ältere Epochen tatsächlich näher kommen können als die unmittelbar zurückliegenden. Also das, was vergangen ist, ist nicht irgendwie immer weiter weg, je älter es ist, sondern vieles, was sehr alt ist, ragt weit in die Gegenwart hinein. Bei so einer neuen Herausforderung, wie es das Anthropozän eine ist. Zentral für die Geosoziologie insgesamt, würde ich deshalb sagen, ist eine Erweiterung der zu berücksichtigenden Akteure. Also wir haben Pflanzen und Tiere allzu lange unterschätzt, als Objekte der Forschung gesehen, aber nicht als welche, die selber etwas tun. Es gilt sie als aktive Lebewesen zu sehen. Das ist im Grunde der Aufruf, der mit solchen Namen wie Bruno Latour, Jane Bennett, Donna Haraway, Anna Singh usw. verbunden ist. Und der lässt sich aber meines Erachtens sehr gut durchaus verbinden mit schon älteren Texten, die länger zurückliegen und die schon vor der Debatte um das Anthropozän genau diesen Versuch gemacht haben, den Akteursradius zu erweitern, die Lebendigkeit nicht nur auf menschliche Wesen zu beziehen und dergleichen mehr. Man sieht dann immer wieder, und das ist ein Teil für mich der Inspiration, aber auch der Faszination gewesen, wie vieles dann schon oft vorgedacht ist, was heute manchmal daherkommt, als wäre das gerade erfunden worden. Aber man findet sozusagen Verbündete, Sparringspartner in länger zurückliegenden Dekaden, der heute mittlerweile 102 Jahre alte Anthropologe und Soziologe Edgar Morin schreibt schon in den 70er Jahren einen Versuch, eine neue Anthropologie zu begründen, die insuläre Konzeption des Menschen ist unwiderruflich angeschlagen. Also schon damals die Einsicht, wir können uns nicht herausnehmen aus der Natur und wie ein isoliertes Wesen in einer Umwelt beschreiben, die weitgehend tot und ohne Aktion ist, sondern wir müssen eigentlich uns in dieses Leben, in das Netz des Lebens eigentlich stärker einbinden und zurückbinden. Wiederum Stichwort Bündnispartner und ähnliche Versuche. Ich bin wiederum bei diesem Versuch der Geosoziologie darauf gestoßen, dass es ähnliche Versuche, ähnliche Ambitionen auch für andere Wissenschaften gibt. Es gibt eben tatsächlich auch den Versuch einer Geopsyche schon etwas länger zurückliegend. Es gibt aber auch spätestens seit den 80er Jahren den französischen Philosophen Michel Maffesoli, der die Geosophie versucht zu begründen, durchaus im Anschluss an die Geophilosophie von Deleuze-Gattery in diese Richtung, aber auch von Michel Serre, den ich eben schon zitiert habe. Und es gibt andere Versuche, auch in der Historik, in der Geschichtsschreibung, in der Geschichte von Fernand Brodel, allen vorneweg, der damals schon den Historikern gesagt hat, Leute, ihr dürft euch nicht nur auf zeitliche Abläufe beschränken. Ihr müsst immer sehen, dass alles das, was passiert, und wir protokollieren als Historiker, in bestimmten Räumen passiert. Und diese Räume sind nicht etwa eine neutrale Bühne für das menschliche Geschehen, sondern sie sind eben durchaus ein Faktor, der hineingreift, der Wirkungen zeigt, in das, was sich als historisches Ereignis dann entsprechend abspielt. Das sind Versuche, die eine ungeahnte Aktualität bekommen durch die neuere Debatte. Und mein Aufruf ist gewissermaßen, das Plädoyer ist, lass uns nicht die Akte schließen und sagen, das Alte ist vergangen und abgetan, das sind Klassiker, die können wir im Museal pflegen, wenn wir wollen. Ansonsten haben sie uns nichts zu sagen, sondern die zusammenbringen, sie sind eben auch Anreger für die Neueren gewesen und das sollte man auch nicht vergessen, denn wenn man sie zusammenbringt, sind sie stärker, als wenn sie alleine auftauchen würden. Ja, die Geosoziologie hat dann, das sind einzelne Kapitel, die Sie vorfinden können in dem Buch, wenn Sie es zur Hand nehmen wollen würden. Es geht darum, die Geopraktiken zu untersuchen im Einzelnen, also das, was wir mit der Erde tatsächlich tun, mit dem Hinweis, dass wir die Erde umwandeln und manipulieren, das ist dieses Thema, der Mensch als geologischer Faktor, dass wir sie vermessen und erforschen, immer schon und immer noch, das wäre das Thema Geowissen, dass wir sie eingenommen und aufgeteilt haben, das ganze Feld der Geopolitik, was hier eine Rolle spielt, dass wir sie ausgebeutet und verbraucht haben, die Geoökonomie, dass wir sie erschlossen und bebauen, und bebaut haben, die Geoarchitektur, dass wir sie zu verlassen versucht haben und das auch immer noch tun, was ich als Geoflucht bezeichnet würde, gravierendstes Beispiel, die Weltraumfahrt. Schließlich wollen wir sie auch zu erhalten versuchen, was ich im Unterschied zur Geopolitik Terra-Politik nennen würde. Die Erde kann insofern, und das ist eines der grundlegenden Motive, sozusagen innerhalb der Geosoziologie, betrachtet werden als eine passive Bühne, sondern wir müssen sie eben in ihren Aktionen ernst nehmen. Die Geosoziologie hat auf die unaufhebbare Verwobenheit des Sozialen mit dem Terrestrischen insofern zu reagieren, wobei terrestrisch die Erde betreffend, zur Erde gehörend ebenso meint wie, das ist ein Zitat von Bruno Latour, das Zusammenleben miteinander verflochtener Lebensformen, und ich würde hinzufügen, in gemeinsam geteilten Lebensräumen. Diese Lebensräume zu schaffen, ist eine Geopraxis nicht nur menschlicher Akteure oder menschlicher Wesen, sondern aller Lebewesen. Ich denke darauf hin, hat besonders stark hingewiesen, das mittlerweile schon für die Debatte sehr einschlägige Buch von Anna Lovenhaupt-Zing, ich zitiere es aufgrund seiner Bedeutung, Welterzeugung ist nicht nur dem Menschen vorbehalten. Ohne die Fähigkeit, sich funktionierende Lebensräume einzurichten, würden die Arten aussterben. Dabei verändert jeder Organismus die Welt aller anderen Organismen. Bakterien erzeugen unsere Sauerstoffatmosphäre und die Pflanzen tragen zu ihrer Erhaltung bei. Pflanzen können an Land leben, weil Pilze den Boden bereiten, indem sie Gestein zersetzen. Wie diese Beispiele zeigen, können sich welterzeugende Bestrebungen überlappen und Raum für mehr als nur eine Art bilden. Oder nur als nur eine Art. Auch die Menschen sind in artenübergreifende Welterzeugungsprozesse verwickelt. Zitat Ende. Wir sind also nur Teil dieser Unternehmungen und nicht etwa ihr alles beherrschender Oberaufseher sozusagen, bezogen auf eine alte Vorstellung einer besonders herausgehobenen Stellung des Menschen. Damit komme ich zum ersten Punkt, zum ersten Punkt, zum dritten Punkt, aber zum ersten Punkt innerhalb dieses dritten Punktes überschrieben. Insgesamt Geofluchten und neue Erdorientierungen. Ich glaube, es ist insgesamt als eine Bewegung auch zu beschreiben. Wir haben so viele Beschreibungen über die Moderne, dass sie eigentlich vom Boden weg will, vom Boden abhebt, sich von der Erde versucht zu lösen. Und das kann man in verschiedenen Bereichen, da würde ich Ihnen gerne drei vorstellen, kurz nachzeichnen. Also auf der einen Seite ist es der Gesellschaftsbegriff innerhalb der Soziologie, der auch sich aus dem Boden, dieser Umklammerung des Bodens, versucht zu emanzipieren. Und es gibt eben auch sehr sinnfällig, deswegen habe ich Ihnen auch ein paar Bilder mitgebracht, sehr plastisch zu sehen, gerade mit den Möglichkeiten der modernen Architektur und dem Städtebau, den Versuch, sich aus der Erde möglichst empor zu erheben, über sie zu erheben. Und insofern ist das ein Ergebnis der typisch modernen Form, sich Wirklichkeit vorzustellen, nämlich unterteilt in Dualismen, in Dichotomien, in Gegensätze, entweder Kultur oder Natur, entweder Stadt oder Natur. Heute ist zu Recht davon die Rede, dass wir es mit Symbiosen gewissermaßen zu tun haben oder doch dem Verschmelzen von Stadt und Natur zu einer Stadtnatur oder von Urbanität und Natur zu einer Urban-Natur oder Urban-Natur. Aber lange Zeit haben wir eben, und davon sind wir natürlich immer noch, da sind wir immer noch mittendrin, diese starken Trennungen zu sehen. Ein Hinweis, der das Ganze ein bisschen in ein anderes Licht drückt, ist ganz sicherlich, dass in verstärkter Anstrengung in den letzten Jahren auch Tiere als Architekten entdeckt oder wiederentdeckt worden sind. Es gibt diesen schönen Begriff der Architektiere, die eben tatsächlich auch nicht nur irgendwelche Höhlen bauen, sondern wirklich sehr komplexe Unterschlüpfe, Höhlen, denken Sie an Termitenbauten usw. Das sind in der Tat imposante Gebäude. In der Tat, Michel Serre schreibt in seinem berühmten Buch über den Parasiten, ich sehe nicht mehr, wo der Unterschied zwischen einer Biene und einem Architekten liegt, vor dem Hintergrund dieser enormen Anstrengungen und auch Leistungen, die entsprechende Tiere vollbringen, von Bienen über Vogelarten bis zu Termiten. Wenn wir heute an Städte denken oder jahrzehntelang an Städte gedacht haben, im Sinne des Fortschritts-Narrativs, stellen wir uns eigentlich Städte als Betonwüsten vor, so sehen sie halt auch eben aus, so werden sie beschrieben, so werden sie wahrgenommen, so werden sie auch als solche beklagt, dass man sagt, Betonwüsten, darin wächst gar nichts mehr. Man könnte das für wenig dramatisch halten, also hier zwei Beispiele, einmal New York und eben China, man könnte das für völlig undramatisch halten, aber das Problem ist, dass gerade Städter in solchen Metropolen das Gefühl haben, die komplette Versorgung kommt aus der Steckdose oder aus der Leitung oder irgendwas. Wir verlieren in großen Metropolen zu malen, in Städten vor allen Dingen, aber vielleicht auch insgesamt, das Gefühl dafür, dass alles das, was so eine Stadt am Leben hält, irgendwo erzeugt werden muss. Dazu trägt bei, dass die ganze Infrastruktur zumeist versteckt wird. Wir sind es in einzelnen ambitionierten Architekturen inzwischen wieder gewöhnt, dass man Leitungen über Putz legt, was auch nicht immer auf Wohlgefallen trifft, aber man hat damit wieder ein anderes Gefühl und Bewusstsein dafür, dass da ja was an Energie laufen muss, damit ich überhaupt solche Gebäude unterhalten kann, erst recht solche großen Metropolen, die da irgendwie pulsieren sollen, als wenn das, was da damit etwas pulsiert, nicht irgendwo produziert werden müsste. Also das wäre der typische Move gewissermaßen, die Erde hinter sich zu lassen, Natur hinter sich zu lassen, Natur zu ignorieren, man stößt ja auch nicht mehr auf sie, wenn überhaupt, dann ist es irgendwie so ein bisschen was nice to have-mäßiges, aber nicht unbedingt nötig. Was wir uns damit eingebrockt haben, wissen wir inzwischen alle. Allein die Temperaturen, wenn man dieses Thema herausgreifen würde, in den Städten sind inzwischen so, dass sie zum Teil in vielen Städten im Sommer eigentlich nicht mehr wirklich leben können. dass Arbeit erliegt, andere Aktivitäten zum Erliegen kommen und deswegen gibt es eine Fülle natürlich, ich kann hier nur wenige Beispiele nehmen, an ambitionierter Architektur, die versucht, andere Wege zu beschreiben. Dazu würde etwa gehören, dass es auch einen, ich will nicht sagen Trend gibt, aber dass es doch den Versuch gibt, auch Erdhäuser, die man inzwischen sogar mieten kann, über eine berühmte Plattform als Urlaubsdomizil, die aber tatsächlich an eine alte Tradition anknüpfen, wo man sich eben auch thermische Gegebenheiten zunutze machen will und nicht von der Erde weg will, sondern sozusagen versucht, mit dieser Erde in Beziehung zu treten, wenn man so will. Auf der anderen Seite diese ambitionierten Häuser des Architekten Stefano Böri in Lausanne, das Grüne Hochhaus, der vertikale Wald, die vertikale Stadt, wie das auch genannt wird, also dieses Gebäude ist mit über 100 Bäumen bepflanzt. Auf dem Dach befindet sich ein Panorama-Restaurant mit Blick auf den Genfer See. Das ist schön. Entscheidend aber ist, dass wir hier sehen können, dass eben der Versuch gemacht wird, nicht diese starre Trennung nach wie vor zu leben, dass die Natur irgendwo außerhalb der Stadt ist, sondern dass man die Natur oder was man darunter versteht, die Pflanzen, die Böden, andere Lebewesen versucht hereinzuholen und mit ihnen gemeinsam das Leben wieder in den Städten etwas lebbarer macht, als es inzwischen wir uns fast schon dran gewöhnen. Hier noch ein Beispiel aus Singapur. Erstaunlich, wenn man das liest, was Flutter dazu geschrieben hat, ein schönes Foto von dieser Obenaufsicht, von dieser Himmelsperspektive, wenn man so will. Singapur hat besonders viele Pflanzen auf Dächern und an Fassaden. Außerdem soll jede Bürgerin nicht länger als 10 Minuten zum nächsten Park brauchen. Das weist auf die Dringlichkeit hin, denke ich, diese Beispiele, dass wir etwas tun müssen und nicht einfach gerade im Baugewerbe so weitermachen können, wie wir das bisher getan haben. Letztes Beispiel ist das komplette, aus Holz erstellte Hochhaus in Wien. Das inzwischen zweithöchste Hochhaus der Welt, das Hoho in Wien und daneben sind nochmal Stichworte, mit denen man im Grunde, wenn man sich für den Bereich interessiert, sehen kann, was alles an Alternativen aus der Architektur heraus geschaffen wird, um das Anthropozän, ja, man müsste fast sagen, nicht zu einem Tanatozän zu machen, auch ein Begriff, der kursiert, sondern eben zu einem doch noch trotzdem lebbaren Erdzeitalter. Zweites Beispiel nach Architektur, Gesellschaft. Die Soziologie hat sich inzwischen daran gewöhnt, einen erdräumlichen Bezug nicht mehr für länger nötig zu halten. Es gibt eine ganze Weile die Absatzbewegungen, die Abstraktionshöhen, die dazu geführt haben, dass schon René König in den 70er Jahren gesagt hat, wenn man sich diese Versuche, unter anderem auch die luhmannische Systemtheorie im Bielefeld damit gemeint, die Vorstellung, dass Gesellschaften gewissermaßen in der Luft schweben, ohne die Erdoberfläche zu berühren, ist eben so ein Eindruck, den man gewinnen kann, wenn man in viele Gesellschaftskonzeptionen hineinguckt, man hat das Gefühl, das passiert tatsächlich irgendwie im luftleeren Raum. Ich denke, das hat er in den 70er Jahren gut erkannt, denn es ist danach nicht sofort etwa der Schalter umgelegt worden, sondern glaube ich, eher noch zu einer Verstärkung genau dieser Perspektive gekommen, durch viele, viele Schlagwörter und Begrifflichkeiten, an die wir uns dann gewöhnt haben, die globale Gesellschaft, die Weltgesellschaft, die immer mehr eben auch so ausgeflaggt worden ist, dass damit angeblich einhergeht, ein Prozess der Enträumlichung, der Entgrenzung und der Entterritorialisierung. Also wieder haben sie, wie bei Architektur und Stadt diesen Versuch, sich eigentlich aus Erdbezügen heraus zu emanzipieren, wenn man so will, und so tun, als hätten wir auch als Gesellschaften eigentlich keine Notwendigkeit, uns mit erdräumlichen Gegebenheiten auseinanderzusetzen. Also berühmt gewordene Schlagwörter oder Thesen in dieser Zeit, Irrelevanz des Raums, spricht auch Sigmund Baumann in der sogenannten flüssigen Moderne davon und die Aufgabe des Raumprinzips, gerade bei Niklas Luhmann in seinen Weltgesellschaftsthesen, aber auch so in der Theorie wird man da fündig, wenn man jemanden sucht, der Raum nicht mehr länger für notwendig hält, weil wir uns sozusagen davon herausgelöst haben, mit Medien und Kommunikationen unterwegs sind, digital sind wir immer davon unterwegs, von der Digitalität zu sprechen und wenig wird danach gefragt, was macht eigentlich diese Medien, diese Kommunikation, was macht die eigentlich möglich? Also wieder der gleiche Hintergrund wie bei Architektur und Stadt, auch das, was das alles ermöglicht, sämtliche Materialität wird aus dem Diskurs ausgespart, so als wenn es die gar nicht bräuchte. Das war nicht immer so, selbst Norbert Elias flüchtig zugegebenermaßen, aber spricht immerhin doch von Erdgesellschaften, scheint was ganz anderes zu sein, als die Weltgesellschaften und zwar trotz Globalisierung. Globalisierung muss ja nicht von Haus aus bedeuten, dass ich es sozusagen mit einem Enträumlichungsvorgang zu tun habe, aber das ist schon mal sehr viel deutlicher analysiert worden und da hilft tatsächlich wieder ein Blick in die Theoriegeschichte, wenn man so will, diese Offenheit, mit der das noch Werner Sombart, Georg Simmel, Gabriel Tart, René Worms getan haben, ist dann im Laufe der Zeit verschwunden aus den Beschreibungen der Gesellschaft in den ambitionierteren Gesellschaftstheorien. Einen besonderen Stellenwert hat für mich nach wie vor die Dürkheim-Schule mit ihren beiden Vertretern und Schülern von Emil Dürkheim, Maurice Halbwachs und Marcel Moss. Die soziale Morphologie, die diese drei ins Leben gerufen haben, begeht, Zitat, das finde ich sehr einschlägig und für mich für die Geosozialgie sehr wichtig, nicht den Fehler, Gesellschaften zu betrachten, als wären sie unabhängig von ihrer territorialen Basis. Es versteht sich, dass die Zusammensetzung des Bodens, sein mineralischer Reichtum, seine Fauna und Flora ihre Organisation beeinflussen. Das ist wichtig heute, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, scheint selbstverständlich, ist aber alles andere als selbstverständlich, ist im Nachgang eher belächelt worden, versucht worden, zu überwinden und ich denke, das ist eines dieser Beispiele, wo man sagen kann, dass Theorien von vor 100 Jahren, vor 80 Jahren, vor 70 Jahren heute wieder an Aktualität gewinnen, weil das Anthropozän uns wieder verweist, wenn man das richtig versteht, auf die Erde, die der einzige Planet ist, auf dem wir als Menschen leben können, im Moment und wohl noch auch auf Weiteres. Es ist also auch in diesen Positionen, und ich will Sie da nicht zu lange mit quälen, aber das sind wichtige Befunde, die sozusagen in der Rekonstruktion einem einfach auffallen müssen, dass man auch da nicht nur auf Erde zugeht, von Territorium spricht, räumliche Beziehungen im Blick hat, sondern auch schon andere Lebewesen als nur Menschen in den Blick nimmt, da ist tatsächlich von Pflanzengesellschaften die Rede, von Tiergesellschaften die Rede. Es lohnt sich also auch da nochmal hinzugucken, die berühmte Studie von Espinar, von Theodor Geiger, einige kleinere Aufsätze dazu und vor allem die gar nicht oft wieder zu entdeckende Chicago School mit Robert Estra Park und anderen, Burgess und Park haben mal ein berühmtes Handbuch beziehungsweise eine Einführung in soziologisches Denken herausgegeben, darin finden sich Beiträge, die heißen Planned Communities und Ant Society. Innerhalb eines soziologischen Lehrbuchs, ich würde behaupten, Herr Esbach sagt mir gleich, wenn das falsch ist, dass das jahrzehntelang danach undenkbar gewesen wäre. Einen solchen Beitrag aufzunehmen, da hätte man, wäre man erst entweder nicht drauf gekommen oder die Verlage hätten es einem um die Ohren geworfen oder wer auch sonst. Das ist bemerkenswert und ich glaube etwas, woran man heute wieder erinnern sollte. Sie haben das getan, um an kollektives Denken zu erinnern beziehungsweise kollektives Denken zu lehren, weil sie haben die Soziologie als eine Wissenschaft des kollektiven Verhaltens beschrieben und sind damit eben dann auch bei anderen Lebewesen fündig geworden. Aber auch für die Menschheit ist ja wohl das kollektive Verhalten eines der zentralen Punkte, mit denen sich die Soziologie beschäftigt und eben nicht nur individuelles Würzenverhalten oder ähnliches. Noch einmal, René König, in einem weitesten Sinne bedeutet Gesellschaft, das ist seine Definition, die allgemeine Tatsache der Verbundenheit von Lebewesen überhaupt, vor allem auch von Pflanzen und Tieren. Da auch der Mensch ein Lebewesen ist, ist er zweifellos in den gleichen Zusammenhang eingeschlossen. Das ist ein bemerkenswerter Satz, eine bemerkenswerte Definition, weil hier eben nicht dieses ja heute mit großem Unwohlsein beschriebene Stellenwert des Menschen vorzufinden ist, sondern eben diese Offenheit zu sagen, also wenn man sich mal anguckt, was ursprünglich mit Gesellschaften gemeint gewesen wird, findet man eben nicht von Anfang an diese Beschränkung auf menschliche Gesellschaften, sondern das ist etwas viel Allgemeineres und es macht Sinn, sich in diesen Gesamtzusammenhang hineinzustellen. Gesellschaften zu bilden, ist also alles andere als ein Exklusivrecht des Menschen, das wäre die naheliegende und wichtige Quintessenz daraus. Ich denke, dass man aus diesen Gründen heute Gesellschaften so fassen könnte, dass sie ein Gefüge bilden aus Maschinen, habe ich jetzt mal eingeklammert, weil ich da nicht zu kommen werde, was dazu zu sagen, aber ein Gefüge aus Menschen, Tieren und Pflanzen, die alle füreinander Beiträge erbringen, welche das Leben der je anderen sowohl gefährden als auch unterstützen kann. Dem geosoziologischen Gesellschaftsbegriff, den ich versucht habe, vorzuschlagen oder zu entwickeln in diesem Geosoziologie-Buch, geht es also insgesamt zum einen um die Erweiterung der Akteure über menschliche Tiere hinaus, das ist auch gespeist sozusagen aus diesen klassischen Texten, wie auch aus den neueren Entwicklungen des Post-Humanismus, des Neomaterialismus und die Betonung der terrestrischen Basis von Gesellschaften, insofern geosoziale Gesellschaften sind terrestrisch und post-human. Drittes Beispiel, Weltraumerschließung oder Erderforschung, das dritte und damit auch letzte Beispiel. Schon Hannah Arendt kommentiert die Raumfahrt treffend als den Versuch in ihrer Schrift Vita Activa, der Emanzipation des Menschengeschlechts von der Erde und als Suche nach neuen Wohnplätzen im Universum. Diese Suche wissen wir hält an. Es gibt eine Erdflucht oder den Versuch einer Erdflucht statt eine Erdverbindung. Die reichsten Männer dieser Welt versuchen ihre unfassbar vielen Milliarden zu benutzen, um den Absprung aus dieser Erde zu vollziehen. Man stelle sich einen Moment lang vor, was mit diesen dreistelligen Milliardenbeträgen über die Herrn Bezos und andere verfügen, getan werden könnte, wenn sie sie für die Erde benutzen würden und nicht für den Versuch, diese Erde zu verlassen. Bruno Latour schreibt deshalb, meine ich zu Recht, diese Leute, er meint genau die Erwähnten, haben begriffen, dass sie nur überleben können, wenn sie erst gar nicht mehr den Anschein erwecken, als würden sie die Erde mit dem Rest der Welt teilen wollen. Zitat Ende. Insofern ist das vielbeschworene Terraforming, das stattfinden soll, also die Suche nach erdähnlichen Planeten, die ja im Grunde nur heißt, wir haben es hier irgendwie vermurkst, jetzt lass uns mal gucken, ob sich irgendwo eine Alternative findet. Gleichzeitig zu diesen Versuchen, Terraforming vollzieht sich auf der Erde ein Marsforming, wie ich das genannt habe, die dazu beiträgt, die Erde unbewohnbar zu machen. Wir sehen hier eine typische Sicht auf die Aktivitäten in einem Braunkohlelager oder in einem Braunkohleabbaugebiet hier Garzweiler. Wenn wir uns das ansehen, diese Bemühungen, die Erde zu verlassen, dann ist klar, dass wir uns nicht einreden lassen sollten, wie das auch oft von den gleichen Kräften unternommen wird, dass wir alle in einem Boot säßen. Eine merkwürdige Form der Vergemeinschaftung, wo man sagt, wir teilen doch alle das gleiche Schicksal. Wir sitzen alle in einem Boot, lass es uns mal gemeinsam irgendwie angehen, um diese Situation zu verändern. Das sollten wir nicht akzeptieren, denn es ist ein großer Unterschied, ob ich in solchen Booten sitze oder ob ich in solchen Booten sitze. Dieses letzte hat so ziemlich alles, was man sich an Luxus vorstellen kann, das ist das eine, also Hubschrauber, Landeplätze, Casinos, mehrere Kinos, mehrere Golfplätze, Fitnessstudios, Schwimmbecken, etc. alles vorhanden auf diesen großen, gigantischen Seedampfern, aber man kann eben auch mit solchen Monsterschiffen versuchen, sich aus der Gesellschaft komplett herauszukatapultieren. Es gibt Leute, die sich da eingemietet haben, Apartments haben, sie sind an kein Land mehr angeschlossen, das heißt, man kann komplett darauf verzichten, Steuern zu bezahlen, man lebt sozusagen autark, in Hülle und Fülle, luxuriös auf diesen Dampfern und das trifft, passt zu dieser These von Latour, es gibt eben Leute, die sich längst davon verabschiedet haben, während wir noch immer glauben, die würden uns irgendwie helfen. Sigmund Baumann schreibt, retten uns die Reichen und ich denke, das kann man mit einem klaren Nein beantworten, nach diesen Bestrebungen, die ich da eben erwähnt habe. Näher der Wahrheit kommt sicher Andrew Sayre mit seinem Buch Warum wir uns die Reichen nicht leisten können. Wir haben ein Bleiberecht auf dieser Erde, aber diese Erde ist nicht mehr die Alte. Wir können nicht ohne weiteres zu ihr zurückkehren, deswegen hat Bruno Latour, dieser Name fällt in diesem Zusammenhang, immer mehrere Ausstellungen in Karlsruhe gemacht, am ZKM. Eine davon dreht sich um das Thema Landing on Earth, wie ist es überhaupt möglich, auf dieser Erde wieder zu landen, mit dieser Erde wieder zurecht zu kommen, weil sie ist eben nicht mehr die alte Holozenerde, das ist sozusagen die Prämisse. Zitat, Gaia, wie er diese neue Erde nennt, im Anschluss an James Lovelock, Gaia stehen unseren Handlungen nicht mehr gleichgültig gegenüber. Die Erdverbundenen wissen, wissen, dass sie mit Gaia im Krieg liegen. Die alte Vorstellung, dass die Erde alles mit sich machen lässt, jeden Eingriff und Angriff stoisch erträgt, keinerlei Reaktion zeigt, ist also passé. Die Erde hat begonnen, auf unsere Handlungen zu reagieren, da schließt sich der Kreis, so wie ich angefangen habe mit den Naturkatastrophen, als Antwort der Erde zu reagieren. Auch hier wieder ein Rekurs auf die Klassik, wenn man so will, auch Friedrich Engels hat schon gewarnt, schmeicheln wir uns indes nicht zu sehr mit unseren menschlichen Siegen über die Natur. Für jeden solchen Sieg rächt sie sich an uns. Jeder, der da glaubt, da würde irgendwie ein neuer esoterischer Ton in die Debatte einziehen, sollte sich vielleicht an diese Sätze erinnern. Damit komme ich zum letzten Punkt und liege damit noch einigermaßen in der Zeit, weil dieser Punkt auch knapp ausfallen wird. Vitalo X Kämpfe um das Leben auf der Erde, so endet auch das Buch. Es gibt eine Menge mittlerweile Begriffe, Begriffsvorschläge, Alternativbegriffe zum Anthropozän, weil man immer wieder versucht hat, doch einen anderen Akzent zu setzen. Also viele sagen, Anthropozän, das nimmt die ganze Menschheit in die Pflicht, es ist aber nicht die ganze Menschheit, die uns diesen Planeten, so wie er heute aussieht, beschert hat. Es sind ganz bestimmte Leute. Also das, was ich eben auch gerade eben zu zeigen versucht habe, dass man die nicht aus der Pflicht herausnimmt. Deswegen sind viele der Meinung zu sagen, man müsste das Kapitalozän nennen. Es gibt andere, die sagen, das ist im Grunde ein Tanatozän, also wir sehen eigentlich nichts mehr nur als endgültige Zerstörung, das hat auch nichts mehr mit Leben zu tun, sondern eigentlich nur noch mit Tod. Es gibt welche, die sagen, das ist eigentlich eine total europäische Angelegenheit. Europa oder vielleicht auch der ganze Westen hat uns diese Suppe eingebrockt, wenn man das mal so salopp sagen will. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Berechtigungen, den einen oder anderen Begriff zu erwähnen. Ich glaube, es macht immer noch nach wie vor Sinn, Anthropozän, sich mit einem Anthropozän auseinanderzusetzen. Ich habe mir nur selber die Freiheit genommen, vom Vitalozän zu sprechen, weil ich glaube, dass es eine wichtige Verschiebung in der Aufmerksamkeit geben würde, wenn ich von Vitalozän spreche. Es gibt diese schöne Einteilung in der Soziologie ist es sehr geläufig, von unterschiedlichen Dimensionen zu sprechen. Ich denke, wenn man nicht die Zerstörung der Erde beziehungsweise nach den Hauptverursachern der Erdzerstörung fahnden würde, das wäre die Sozialdimensionen, sondern nach dem, was auf dem Spiel steht, nämlich die Sachdimensionen, dann müsste es eigentlich wie Talozän getauft werden, dieses unsere neue Zeitalter. Denn es steht das Leben der allermeisten Lebewesen, so wie wir sie kennen, auf diesem Planeten zur Debatte und das rekurriert auf eine Raumdimension, die oft vergessen wird bei diesen verschiedenen Dimensionen und zwar wird uns das auch in den kommenden Dimensionen, das wäre die Dekaden, das wäre die Zeitdimensionen, noch länger beschäftigen. Anders als das Andropozän stellt das Vitalozän nicht, das ist eines der viel beklagten Effekte dieser Andropozän-Debatte, den Menschen wiederum in den Mittelpunkt, Sondern das Leben insgesamt. Deshalb die Berücksichtigung anderer Lebewesen, wie ich es Ihnen vorgestellt habe, der Tiere, der Pflanzen und deren Aktivitäten. Geosoziologie agiert insofern post-anthropozentrisch im Sinne des Post-Humanismus und Neomaterialismus. Die geosoziologische Erkundung des Vitalozäns nimmt sich der Critical Zone an, wiederum ein Begriff von Bruno Latour, den aber Peter Sloterdijk in seinem letzten Buch schön ausdekliniert hat, gesagt, der Critical Zone, das heißt des dünnen Vitalgürtels der Erde, der die Biosphäre, Atmosphäre und Noosphäre umfasst. Um diese vielfach gefährdete Lebenszone mit ihren zahlreichen Ökosystemen im Sinne bewohnbarer Lebensräume zu erhalten, braucht es eine Fülle konzertierter Aktionen und Bündnisse zwischen verschiedenen Akteuren. Das hat nichts Idyllisches, würde ich sagen. Ich denke, es gibt oft den Versuch darauf zu sagen, wir trennen jetzt nicht mehr zwischen den einzelnen Lebewesen, sondern wir gucken sehr stark nach Symbiosen, nach Gemeinsamkeiten, nach gemeinsamen Kooperationen und so weiter. Ich glaube, es ist gerade aus soziologischer Perspektive absolut notwendig, sich die neuen geosozialen Konflikte anzusehen, die damit einhergehen werden und auch jetzt schon einhergehen. Wir wissen auch jetzt schon aus den Verlautbarungen in den Tagesschauern und so weiter, dass wir bereits den Beginn dieser Kämpfe um knappe Ressourcen, Migration aufgrund von Klimaveränderungen und so weiter schon mit zu tun haben. Es geht insofern um nicht weniger als darum, die Bewohnbarkeit des Planeten Erde zu erhalten und dem Globozid, also der Ermordung des Globus, wie das Günther Anders schon anlässlich des Tschernobyl-Unglücks genannt hat, 1986 entgegenzutreten. Ich denke, der Einsatz würde sich lohnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus 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 Applaus